hölzer nach catwalk was ich bin tot erzähl mir davon ich bin ohmächtig wieso was zu lange in der sonne weil mich ins wasser muss kalt ist ich komme ich habe gesagt ich bin schwer ich bin fast da sie ist echt krank aus so einen großen kopf und so einen kleinen körper hat dieser vogel hat irgendwie ein fisch rausgefischt irgendwie dreimal so groß war ja gar nicht mehr bewegen damit sie ganz voll hiermit wirst du das aufsehen eines helms oder eine mütze verändert leicht ja die sind von mir irgendwie weil ich nachdem ich dieses vieh da gezähmt habe habe ich irgendwie bekommen ja wenn ich das machen wir nicht mehr ins haus okay dann kommen wir nicht mehr an deine kisten auf die du so stolz bist ich kann die direkte an die tür dran war ich kann die hier in die mitten in die tür rein brauchen wir kommen da noch da rein kann man darauf klettern auf die leite dafür ist eine leiter normalerweise da also also okay mach einfach ist nicht so als könnten wir noch mehr fehler machen damit muss man anklicken datei ich nicht wer da gefälligst über ein normaler mensch man kann irgendwie nur von innen wieder hochklettern ich kann von außen ich kann nur von unten oder jetzt mich einfach durchgelaufen okay ich glaube das funktioniert nicht was hast du getan ah jetzt kann ich auch klettern ja was ist das oh gott na wir haben einiges durchgemacht aber jetzt sind wir eine zivilisation mit einer leiter hier an der wand jetzt kannst du hier von der seite in das gebäude da guckt voll uninteressiert suchst du da am boden ja an der wand nein ich wollte die samen nicht essen verdammt du verspressenes stück scheiße weißt du der will was anpflanzen und ich kann den samen nicht widerstehen wir packen das da rein genauso wie du eine leiter hochkletterst mit zwei händen man sagt ja mir muss man das mehr kalt ist wenn ich das da reinpacken ja warte mal ich habe meine kacke da reingepackt da kam genau pünktlich du bist ja voll der richtige proletische scheißgeil warum kann ich denn da nicht reinpacken jedesmal wenn der nicht weiter weiß frisst der und dann kacke das ist das unsozialste stück scheiße überhaupt das gibst du jetzt aber nicht ich weiß nicht mehr weiter scheiß der sich in die hosen ne weil du bist so veranktenswert what the hell is even that ich kletter jetzt über die wand na endlich da ist drinne was wächst da für eine scheiße können wir da dodos anpflanzen was steht denn der treibhauseffekt was da steht treibhauseffekt 0,0% ist die ozon schon im arsch oder was wenn wir die ganze Zeit kacken schon ey ohja wasser muss da auch noch rein wasser du geistes leichte wo soll ich denn jetzt wasser herkriegen du brauchst wahrscheinlich einen wasserschlauch oder so oder was soll ich boi ich bin ein genie okay also gemacht du kannst noch nicht mal mein erster ausprobiert ja dann können wir von innen nach draußen und von innen nach draußen nach innen und von innen nach draußen geil der weg mal den fetten kopf nach links da an der wand ist die leiter das ganze da rein oder auch nicht du bist du schwer ja das sieht so gestört aus jetzt kannst du von der selben seite auch wieder nach draußen versuch's mal mach mal deine ersten schritte ja geil ja jetzt hab ich noch nie was getrunken okay wozu ist denn der wasserschlauch ist wahrscheinlich für unterwegs das schilder passt hier sind hier lebt der norm geht muss falls wir uns mal aussperren und da schlüssel nicht mehr funktioniert dann haben wir hier eine leiter zum raus und wieder rein ich zeig dir wie die funktionierter was denn was hast denn hier schon wieder gemacht du fettfuck ich habe eine mehrere gerettet komm schon was ist denn los hab ich einfach kopfüber ins feuer gelandet da im dach über das feuer gemacht guck mal da sieht zwar ein bisschen anders aus als direkt über dem feuer jetzt ist es nicht mehr symmetrisch du ich hab ein holzdach und nicht diese komische strohkacke das fängt doch direkt feuer ich mein holz brennt längst nicht so gut wie stroh und hat schon wieder ich verstehe ich habe da noch genug ich besteht aus 90 prozent wasser das war kein blut ein paar klamotten mit meinen resten ich möchte denn dann da hinten da regt mich auf weil er bären ich brauche die doch nicht weil sie überhaupt mit meinen garten an das ist ja kein wasser ich glaube du musst das wasser in deinem mund von a nach b ja na warte mal ich gucke auf und kommen was um zu gucken boah ja warte mal ich war da gleich die ganze zeit nur noch im kreis ich versuche seinen eigenen schwanz zu jagen das ist meine kacke die baue ich als dings ich hatte hunger die baue ich und dann mit unserer pflanzen das ist meine innenleiter voll für nachher das sieht jetzt cool aus guck mal in der mitte haben wir jetzt ein besonderes das ist wieder symmetrisch ja das ist auch nicht schön das sieht aus wie der dachboden das sieht aus wie bei minecraft die ganzen kisten da eh wir müssen ja so ein schlafen was mit dem anderen passiert wir hatten noch mal zwei ja ich bin noch mal respond irgendwie wir können uns keine betten leisten glaube ich ich bleibe jetzt hier an der wand hier schlafe ich jetzt ich kann aber irgendwie nicht aufs dach eh ach so jetzt habe ich da hinzugefügt wie du kannst du nicht hin ich falle immer wieder runter wenn ich so vorwärts laufen er geht nicht ich glaube dann irgendwie in der luft und dann falle ich runter was zum teufel ich bin auch grad da hoch ja ich kann das das geht nicht bei mir boah was ist das ich guck ich kletter ich kletter ich kletter ja 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 gibt es jetzt habe ich glaube so so angeschichten zu mir ich will dich an mal ich strebe ich habe genommen wir auf einmal diesen riesigen baff typen mir mit einem pinsel hat wie blöd ist das spiel eigentlich ich habe doch gesagt er soll das kaputt machen nicht hat also gebaut wenn sie das schon sehen oder was okay müssen wir müssen auf der verteidigung steht das größte als ich gedacht ja irgendwie schon irgendwie nur ein bisschen holz und leder immer müssen wir mal unter wasser ja erkunden mal willst du denn atlantis finden ja was hat denn so eine schildkröte die waren ja nicht so schwer oder ich weiß nie wieder gestorben nein daneben er hat mich mal bemerkt ich will ihm dort in die fresse werfen wenn ich hab da irgendwie effektiver ist er oder spitz hatten und so die leiche das meine leiche steinschleuder und so da steht aber weg ist dann hilft mir gefälligst du idiot ob der leichen zu plündern wird schon wieder verfehlt ich kann sie ändern die riesige ziel da verfehlen jetzt habe ich noch gar nicht verfehlt werden ich habe ihm im vorderen bein und wir sind dabei geworfen alles frei war noch mal auf deutsch naja dann kriege ich auch wieder voll viele bären ich habe keinen bock auf die bären das ist doch nicht so schwer ich meine ich habe zwar nur ein doktortitel aber ich fresse so schnell ich nehme mal direkt zehn stücke in einer hand und dann einfach runter die hände weg sonst ist da hast du dir keine finger mehr schnapp nach allem dem in den weg stellt komm herr du fisch ich tue dich ja das meinst oh gott mein zöpfe gott oh gott aber gruselig aber bei namen ertrinken also packer lass mich in ruhe ist schon wieder ein gift spucker stein müsse lockt denn jetzt zur barriere das ist mein plan sehen ob der da reinläuft er kann pussy 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 naja er hat augen kontakt mit der barriere keine mehr ja genau erst nicht unsere feiere einen auf den anderen curry kanken ja ich wenn wir nicht so funktioniert glaube ich ein ganzer bildschirm ist grünen geworden ob ich schon im visier so oben oder was ja ich bin ich komme von oben rein jetzt siehst du mich nicht mehr ja mach ruhig jetzt versinkt ein boden geil war nicht gerade bringt hier ist trocken wenn ich hier stehe ist überhaupt nichts aber jetzt ist hier am regen ist voll verspätet sagt er ist trocken